Musik Warte, stopp! Was macht ihr so ein Wildlife so jeden Tag? Also wir tun Bodenschießen jetzt da, wir haben Sperr geworfen, eine Kompass-Oeli haben wir gemacht. Also das Interessanteste war eigentlich, da haben wir einen toten Flusskrebs gefunden. Und den genau angeschaut. Und würdest du dieses Camp weiterempfehlen? Ja. Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte, warte! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020